Herzlich Willkommen zur ExpoFarm 2013. Herzlich Willkommen bei Pflüger. Schüsselersalze von Pflüger. Sie stehen 2013 im Mittelpunkt des Pflüger-Messeauftritts auf der ExpoFarm. Und das nicht ohne Grund, denn Schüsselersalze von Pflüger sind halt etwas ganz Besonderes. Die Marke Pflüger steht für Schüsselersalze von Pflüger und homöopathische Komplexmittel, die wir in hoher Qualität seit über 60 Jahren produzieren. Die Schüsselersalze von Pflüger gibt es von der Nummer 1 bis 27 in den verschiedensten Darreichungsformen. Wir stellen Tabletten und Pulver her, die glutenfrei sind. Wir haben Tropfen im Angebot für Patienten mit Milchzuckerunverträglichkeit. Die sind somit laktosefrei und auch Cremes und Lotionen werden produziert. Damit sich Besucher auf spielerische Art und Weise den Schüsselersalze nähern können, hat sich das Reda Wienbrücker Unternehmen etwas Besonderes einfallen lassen. Das Schüsselersalze Bingo. Wir legen sehr viel Wert auf den persönlichen Kontakt. Mit dem Bingo-Spiel haben wir eine schöne Möglichkeit gefunden, gemeinsam mit dem Kunden die Missverständnisse rund um die Schüsselersalze aufzuklären. Viele Besucher konnten ihr Wissen beim Pflüger Bingo testen. Die Fragen, die beim Bingo gespielt wurden und die Antworten, die gegeben wurden, haben vielen, glaube ich, gezeigt, was man alles mit Schüsselersalzen machen kann und wie vielseitig man sie einsetzen kann. Die Schüsselersalze vom Pflüger empfehle ich bei uns in der Apotheke sehr gerne. Wir sind eine Apotheke, die sehr auf Homöopathie und auch die biochemischen Mittel ausgelegt sind. Und sie sind ein sehr großer Teil an unserer Beratungstätigkeit in der Apotheke. Schüsselersalze sind für mich eine Heilmethode auf natürliche Art und Weise, dass man keine Nebenwirkungen hat, aber eine super positive Wirkung. Einfach eine super Medizin. Pflüger steht nicht nur für hochwertige Produkte, sondern auch für einen überragenden Service. Informationen zu den Schüsselersalzen erhalten Sie in jeder Apotheke, beim Heilpraktiker oder auf unserer Homepage. Mittlerweile gibt es viele Mineralstoffberater, die Ihnen in der Apotheke die genaue Information zu den Schüsselersalzen geben können. Bei allem, was Pflüger macht, gibt es eine ganz klare Devise. Die Firma Pflüger stellt den Kunden in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Wir versuchen mit den Alltagskuren praxistaugliche Konzepte zu erarbeiten und diese den Apotheken zur Beratung an die Hand zu geben. Für die eigene Hausapotheke sollte man die Nummern 1 bis 12 auf jeden Fall im Schrank haben. Nummer 3 lässt sich wunderbar zur Stärkung der Abwehrkräfte, gerade in der Erkältungszeit, einsetzen. Die Nummer 7 zur Entspannung lässt sich sehr gut als heiße Sieben einsetzen. Es gibt sehr viel Literatur zu den Schüsselersalzen, sowohl für die Apotheken als auch für den Endkunden. Grundsätzlich ist es ratsam zum Einstieg eine genaue Analyse bei einem Mineralstoffberater, bei einem Heilpraktiker durchführen zu lassen. Aber auch die Apotheken sind sehr kompetente Ansprechpartner in Sachen Schüsselersalzen vor Ort. Auf der ExpoFarm 2013 konnte Pflüger viele interessierte Besucher begrüßen. Auch im kommenden Jahr wird das Unternehmen mit einigen Überraschungen auf der ExpoFarm 2014 mit dabei sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017